Fitness mit Marc Folge 405 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Wenn er den Kofferraum belädt, hört er die Tetris-Musik. Marc Maslow Moin Moin, ich bin Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitness-Coach von Marathonfitness.de Lass uns heute über das Erdermark-Formel sprechen, das richtige Krafttraining. Es geht um eine Grundübung, eine der universellen Übungen, die dich voranbringt, egal was in deinem Leben gerade passiert. Ja, es geht um die Klimmzüge. Das Schöne am Klimmzug ist, diese Übung kannst du immer und überall einbauen. Selbst wenn mal das Leben dazwischen kommt, vielleicht du es ins Fitnessstudio nicht schaffst. Du brauchst eigentlich nur einen kleinen Vorsprung, sowas wie einen festen Türrahmen oder einen Ast oder eine Stange auf dem Spielplatz. Und ja, natürlich ist es auch eine gute Idee, sich eine kleine Klimmzugstange für zu Hause anzuschaffen oder ein paar Ringe. Die kosten nicht die Welt. Und das Schöne ist, dass du mit dieser Übung den gesamten Körper trainieren kannst. Jetzt gibt es Menschen, die bisher noch keinen Klimmzug schaffen. Und das macht nichts. In der heutigen Folge erfährst du, wie du einen Klimmzug schaffst, wenn du bisher noch keinen einzigen hingekriegt hast. Und du erfährst auch, wie du an deiner Technik, an deiner Körperspannung arbeiten kannst, sodass du aus deinem Klimmzugtraining noch mehr rausholst. Klingt gut? Dann hören wir uns gleich. Werbepartner dieser Folge ist AG1 von Athletic Greens. Es gibt unzählige Sportnahrungsergänzungsmittel und die meisten davon, die kannst du dir sparen. Ganz generell empfehle ich nur wenige Nahrungsergänzungsmittel. Eins davon verwende ich seit bald über acht Jahren jeden Tag. Und das ist AG1 von Athletic Greens. Es enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen wie Prebiotika und Adaptogene, die aus einer Vielzahl natürlicher Bio-Gemüse- und Obstsorten kommen. AG1 ist ein Naturprodukt und das unterscheidet es eben auch von synthetischen Präparaten. Da sind auch die vielen Sekundärstoffe enthalten, die du eben nur in echtem Gemüse und Obst findest. Die Gesamtkomposition, die bekommt so kein anderer Hersteller hin. Vor allen Dingen nicht in dieser Qualität und Schadstofffreiheit. Für mich ist AG1 sowas wie eine Alles-in-Allem-Gesundheitsversicherung. Für Fitness mit Markhörer gibt es ein spezielles Angebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung kostenlos fünf Travel-Packs für unterwegs. Ein Jahresvorrat an Vitamin D mit K2 drin. Plus ein Willkommenspaket mit einer schicken Edelstahldose und einem Shaker. Geh dazu auf fmmag.de, fmm wie Fitness mit Mark und dann ag.de. Ja, heute geht es um Klimmzüge. Selbst wenn du bisher keinen einzigen schaffst, das Lernen des Klimmzugs ist ein Prozess, der richtig Spaß machen kann. Und auch wenn du schon Klimmzüge trainierst, dann hör am besten heute genau hin. Denn du erfährst noch einige Tricks, die dir dabei helfen, noch mehr aus dieser Übung rauszuholen. Wie komme ich drauf nun? Ich habe vor ein paar Tagen einen Klienten im Coaching gehabt und er sagte mir, Mensch Mark, die letzten Wochen war so viel los. Ich habe tatsächlich mehrere Wochen mein Krafttraining nicht hingekriegt. Ich war unterwegs und ich habe das einfach nicht untergekriegt, mein Training durchzuziehen. Und ich sage ihm, Mensch, warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Ich hätte dir gerne noch ein paar Tipps mitgegeben, denn der Punkt ist der, zwei, drei Minuten hast du immer, ist meine These. Und jedes Training ist besser als gar kein Training. In seinem Fall hat er mehrere Wochen nicht trainiert und dadurch Rückschritte gemacht. Und die darf er jetzt erstmal wieder aufholen. Wenn er aber ein kurzes Workout durchgezogen hätte, zum Beispiel eben auch Klimmzüge, dann tritt er so ein bisschen Wasser, bleibt auf der Stelle und kann danach wieder, wenn die Zeit vorhanden ist, mit dem Training richtig durchstarten. Klimmzüge sind so ein Tool in deiner Toolbox, das du nutzen kannst, wenn mal die Zeit knapp ist. Du kannst die Übung natürlich, und das ist auch eine gute Idee, immer schön in dein Training einbauen. Aber selbst wenn die Zeit knapp ist und du vielleicht nicht unbedingt ein Gym in der Nähe hast, dann kannst du diese Übung durchziehen. Du kannst ein, zwei oder drei Sätze trainieren und dadurch einen schönen Trainingsreiz setzen und deinem Körper sagen, hey, die Muskeln brauche ich noch. Jetzt mach mal Halbland und bitte nichts abbauen an der Stelle. Und das Schöne ist ja auch einfach das Gefühl nach dem Training. Und das hast du auch nach einem kurzen Training. Ja, und heute geht es auch um die Menschen, diejenigen von uns, die bisher vielleicht noch keinen Klimmzug geschafft haben. Und ich weiß, aus der Perspektive kann das Projekt Klimmzug wie eine Mammutaufgabe aussehen. Und frustrierend wird das Ganze eigentlich erst, wenn du alles auf einmal willst. Wenn du noch keinen Klimmzug schaffst, dich an die Stange hängst, dich versuchst hochzuziehen und da passiert nichts. Kann ich gut verstehen und vertraue mir, mit der richtigen Taktik kannst du Klimmzüge lernen und du kannst auch auf dem Weg zum Klimmzug richtig Spaß haben. Es geht nämlich nicht darum, ob du es schaffst, sondern es geht ja darum, wie du dahin kommst, dass du es schaffst. Und genau darum geht es auch heute. Und bevor wir ins Training gehen, lass uns noch mal ein bisschen in die Theorie gehen. Keine Sorge, nicht zu tief. Aber so ein bisschen so ein Rundumschlag. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Klimmzüge eine der sechs großen Muskelaufbauübungen sind, der grundlegenden Muskelaufbauübungen, den Big Six. Die habe ich hier im Podcast auch schon das ein oder andere Mal behandelt. Das heißt, das ist erstens eine funktionelle Übung. Du ziehst deinen Körper an einer Stange, einem Vorsprung, wo auch immer hoch und senkst ihn wieder ab. Und das ist einfach eine Funktion, die wir auch im Alltag gut mal gebrauchen können. Nicht nur in anderen Sportarten, wie zum Beispiel dem Klettern oder dem Rudern. Auch im Alltag, wenn du mit deinen Kindern oder Neffen und Nichten auf den Spielplatz gehst, dann kann das schon mal nützlich sein, wenn du dich irgendwo hochziehen kannst. Das Schöne daran ist, dass die Klimmzüge sehr viel Muskelmasse gleichzeitig beanspruchen. Vor allen Dingen dann, wenn du die Technik beherrschst. Denn dann, und das wirst du auch später sehen, trainierst du fast deinen gesamten Oberkörper. Dabei involvieren die Klimmzüge mehrere Gelenke. Das ist eine sogenannte mehrgelenkige Übung. Da sind beide Schultergelenke mit drin und beide Ellenbogengelenke. Und, auch das merkt man, wenn man Klimmzüge trainiert, die brauchen viel Energie. Die sind anstrengend. Und anders formuliert heißt das, sie beanspruchen eben auch Kalorien. Und sie machen dich auch dadurch umso stärker und setzen einen Wachstumsreiz. Was viele nicht wissen, ist, dass Klimmzüge auch ein schönes Bauchmuskeltraining sind. Denn du brauchst einen stahlharten Rumpf, um sie sauber durchzuziehen. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Welche Muskeln trainiert der Klimmzug? Nun, die Bauchmuskeln habe ich schon erwähnt. Aber natürlich eben auch die Rückenmuskeln. Das weiß fast jeder, der schon mal was von Klimmzügen gehört hat. Dazu gehört der breite Rückenmuskel, der Latissimus, Dorsey. Die Trapezmuskeln, die oben im Schulterbereich vom Hals bis runter zur mittleren Wirbelsäule gehen. Die Bizepse sind ordentlich mit dabei. Klimmzugtraining ist eben auch ein Bizepstraining. Und natürlich auch das, die Unterarmmuskeln. Denn du willst dich ja schließlich auch festhalten können an einer Stange oder einem Vorsprung oder was auch immer. Tja, das mit den Bauchmuskeln ist für viele überraschend. Tatsächlich gehören Klimmzüge zu den effektivsten Übungen für deine Bauchmuskeln. Ja, und wer sich ein Sixpack wünscht oder definierte Bauchmuskeln, der darf auch die Klimmzüge trainieren oder kann die Klimmzüge eben auch nutzen, um hier trainierter zu werden. Und dann gibt es noch etwas Spannendes, was den Klimmzug unterscheidet von anderen Kraftübungen. Vergleichen wir den mal mit dem Bankdrücken. Beim Klimmzug ziehst du ja dein Körpergewicht nach oben. Das heißt, je schwerer du bist, und schwer muss ja nicht gleich Fett sein, sondern es kann eben auch muskulös bedeuten. Muskeln sind schwerer als Fett. Das heißt, je schwerer du bist, desto mehr Gewicht ziehst du beim Klimmzug. Ist irgendwie logisch, wird aber häufig vergessen. Und das bedeutet auch, wer Fett abbaut und beim Krafttraining weiter dran bleibt, dem fällt der Klimmzug mit jedem Kilo Fettabbau auch leichter. Deswegen spielt die Ernährung auch hier eine Rolle. Punkt Nummer zwei im Krafttraining, im richtigen Krafttraining, ist es eine gute Idee, wenn du einen Schwerpunkt legst auf die Grundübung. Und gerade wenn du so einen Plan B-Workout in der Tasche haben möchtest, da ist der Klimmzug halt eine super Übung, die du fast überall trainieren kannst. Genauso wie die Liegestütze, auch eine meiner Favoriten. Die kannst du in tausend verschiedenen Varianten trainieren. Du kannst die Hammer schwer machen mit einem einarmigen Liegestütz. Aber auch der normale Liegestütz auf dem Fußboden kann sehr schwer sein, wenn du wirklich bewusst den kompletten Körper, alle Muskeln, den Rumpf, die Beine, das Gesäß, den Rücken anspannst. Also Klimmzüge, eine Grundübung, eine Schwerpunktübung in deinem richtigen Krafttraining. Und das auch nochmal am Rande, bevor wir gleich ins How-To gehen, ins Training. Das, was ich dir heute mitgebe, ist ein Weg, der funktioniert. Und es gibt auch andere Wege. Das wirst du schon sehen. Frag 10 erfahrene Trainer und die sagen dir höchstwahrscheinlich unterschiedliche Übungen, die du trainieren darfst. Der Weg, den ich dir heute mitgeben möchte, das ist ein Weg, der ziemlich sicher funktioniert und der dich dahin bringen kann, einen ersten Klimmzug zu schaffen oder eben deine Technik auch zu verbessern. In den Shownotes findest du alle Übungen gezeigt. Du findest dort auch Videos und wenn du das Ganze mit Betreuung machen möchtest, dann mache ich an der Stelle auch gerne nochmal Werbung für den Klimmzugkurs meines Kollegen Marco Meier. Der hat ein hervorragendes Tutorial, einen geführten Klimmzugkurs, auch wahlweise mit Betreuung durch ihn, persönlicher Betreuung im Angebot. Und Marco sagt mir immer wieder, die Leute, die diesen Kurs buchen und durchziehen, die schaffen das am Ende auch. Okay, genug zur Theorie, lass uns mal in die Praxis gehen. Und ich möchte dir als erstes mal eine Frage mitgeben. Wenn du jemandem beibringen möchtest oder auch dir selbst beibringen möchtest, einen Klimmzug zu lernen, was meinst du, wo fängst du an? Was viele an der Stelle überrascht ist, dass du nicht an der Klimmzugstange anfängst, sondern du beginnst mit dem Training am Boden. Das hat folgenden Hintergrund. Du kannst auch einen wunderbar austrainierten, starken Rücken haben und trotzdem keinen Klimmzug schaffen. Nämlich dann, wenn alle anderen, vor allen Dingen deine Rumpfmuskeln, noch zu schwach sind. Ein starker Rücken allein macht eben noch keinen Klimmzug. Und deswegen fühlen sich spezielle Rückenübungen, wie zum Beispiel Lattzüge oder Kurzhantelrudern, häufig auch leichter an, als wenn du einen Klimmzug durchführst. Zwar stehen deine Bauchmuskeln bei den Übungen auch unter Spannung. Bisschen Spannung brauchst du da immer. Aber sie sind eben kein limitierender Faktor. Einen Klimmzug, vor allen Dingen einen sauberen Klimmzug mit ordentlich Körperspannung, mit Rumpfspannung, den schaffst du erst, wenn dein Rumpf stark genug ist. Und das Geheimnis ist, und deswegen fangen wir auch am Boden an, dass du deine Körperspannung trainierst. Und zwar so, dass du in der Lage bist, deinen Körper beim Klimmziehen in Stein zu verwandeln. Denn lass uns mal gedanklich rangehen. Du hängst dich an die Klimmzugstange und ziehst dich nach oben. Das heißt, natürlich sind deine Arme involviert, deine Schultern sind involviert, deine Schulterblätter sind involviert. Ja, und die hängen am Rumpf. Und indem du deinen Rumpf versteifst und stabilisierst, stellst du die kinetische Kette her, die deinen kompletten Körper durchläuft und die du für den Klimmzug benötigst. Falls du also bisher Probleme mit den Klimmzügen gehabt hast oder gar keinen einzelnen Klimmzug geschafft hast, dann kann es gut sein, dass es an der Rumpfmuskulatur liegt. Du solltest deinen Rumpf zunächst einmal mit diesen Übungen trainieren. Und zu den Übungen kommen wir jetzt. Das Schöne an den Übungen auf dem Boden ist, du brauchst kein Zusatzequipment. Was ganz hilfreich ist, ist so eine Art Besenstiel. Den hat eigentlich jeder zu Hause. Oder was Vergleichbares. Also irgendeine gerne leichte Stange und PVC-Rohr tut es auch. Ja und alles, was du brauchst, ist dich selbst, deinen Körper und den Untergrund. Am besten natürlich einen sauberen Untergrund. Kann man auch draußen machen. Oder wenn du es ein bisschen bequemer haben möchtest, dann verwende einfach eine Yogamatte. Die erste Übung ist das sogenannte Schiffchen. Tourner kennen das. Nennt sich im Englischen auch Hollow Body Hold oder Hollow Body Position. Die ist ganz einfach. Du legst dich rücklinks auf den Boden, streckst die Arme über Kopf. Bizepse sind so auf Ohrenhöhe. Und dann nimmst du die Hände über Kreuz und drückst deine Hände und Handgelenke so zusammen, dass du Spannung aufbaust. Und zwar in den Armen und in den Schultern merkst du das. Jetzt drückst du deinen unteren Rücken in den Boden und spannst die Bauchmuskeln an. Als würdest du einen Schlag in die Magengegend abwehren. Und deine Beine, die sind gestreckt, auch die Fußgelenke sind gestreckt und zusammen. Also ganz gerade und angehoben vom Boden. Achte darauf, dass dein Rücken flach auf dem Boden aufliegt. Da kannst du dich auch gern mal selbst filmen mit deinem Smartphone, wenn du die Übung machst. Und guckst, dass du die Übung auch sauber durchführst. Das ist hier ganz wichtig. Man kann sich in der Übung auch ausruhen, wenn man nicht die richtige Spannung aufbaut. Dann ist die easy peasy, aber sie ist nicht effektiv. Du darfst also richtig ordentlich hart Spannung aufbauen, sodass innerhalb von 60 Sekunden du auch an einem Punkt bist, wo du sagst, also 60 Sekunden, das reicht jetzt aber auch. Wenn du überhaupt so weit kommst. 30 Sekunden sind zum Anfang auch gut. In den Shownotes siehst du nochmal ein Foto von Marco, der diese Übung für uns durchführt und nochmal eine Videobeschreibung. Und falls die Übung bisher noch für dich zu schwer sein sollte, auch gar kein Problem. Ich habe dir nochmal einen Link gesetzt auf einen anderen Beitrag, wo du eine einfachere Übung trainieren kannst. Ja, also Hollow Body Hold ist die erste Übung. Die zweite Übung, die du mitnehmen darfst an der Stelle, also lass uns das so machen. Ich stelle dir erstmal die Übung vor. Nachher am Ende bauen wir das zusammen. Du brauchst nichts mitschreiben, kannst alles in den Shownotes nachlesen. Die zweite Übung ist auch der Hollow Body Hold, aber jetzt kombiniert mit Klimmziehen und das Ganze eben auch im Boden. Du führst also den Hollow Body Hold durch, nimmst aber einen Besenstiel zur Hilfe. Du greifst den Besenstiel etwas weiter als schulterweit, die Daumen sind zueinander, als würdest du eine Klimmzugstange greifen. Jetzt gehst du in den Hollow Body Hold, die Arme sind gestreckt, der Besenstiel befindet sich über deinem Kopf, als wäre eine Klimmzugstange. Und jetzt beugst du deine Ellenbogen, um die Stange vor deinem Gesicht in Richtung deiner unteren Brust zu ziehen. Wie beim Klimmzug und dabei atmest du aus. Und während du den Besenstiel dann wieder kontrolliert in die Überkopfposition zurückführst, atmest du ein. Damit die Wiederholung zählt, muss der Besenstiel in der unteren Position deine Brust berühren. Das ist ganz wichtig. Ja, mit dieser Übung trainierst du deine Rumpfkraft, während du die Klimmzugbewegung durchführst und weiter atmest. Das Ziel an der Stelle sind 8 bis 10 saubere Wiederholungen. Und du führst die Übung schön langsam und kontrolliert durch. Und das bringt uns zur Übung Nummer 3. Auch die, wenn du an den Punkt kommst, dass du das Hollowbody Klimmziehen richtig gut, richtig sauber und sicher beherrschst, wie ein Jedi-Meister. Dann können wir das Ganze nochmal eine Nummer schwerer machen und das wäre hier an der Stelle die Übung Nummer 3. Nennt sich Hollowbody Beinheben. Und die baut auf dem Klimmzug, den ich eben beschrieben habe, auf. Indem du die Beine dabei aber anhebst, forderst du deinen Rumpf zusätzlich. Du nimmst also zunächst einmal die Ausgangsposition des Hollowbody Klimmzugs ein. Der Besenstiel befindet sich über deinem Kopf. Der Körper ist im Hollowbody Holt. Und jetzt überkreuzt du die Beine und hebst sie an. Knie bleiben dabei gestreckt. Und stell dir vor, als würdest du den Besenstiel immer weiter nach hinten drücken wollen. Du bringst jetzt deine Zehen so weit wie möglich zum Besenstiel. Vielleicht schaffst du es sogar, ihn mit den Zehen zu berühren. Und dein Ziel bei dieser Übung ist, dass du 5 bis 8 saubere Wiederholungen schaffst. Tipp an der Stelle, der wichtigste Kniff bei der Übung ist, dass du die Spannung in deinem Latissimus hinten hältst. Du hältst im Verlauf der gesamten Übung diese Spannung im Latissimus aufrecht, indem du versuchst den Besenstiel weiter nach hinten zu drücken, während du deine Zehen in Richtung des Besenstiels ziehst. Je mehr Spannung du auf diese Weise aufbauen kannst, desto leichter erreichst du mit deinen Zehenspitzen den Besenstiel. So, jetzt kennst du drei Übungen für den Boden, die aufeinander aufbauen. Erstens das Schiffchen Hollowbody Holt. Das zweite Hollowbody Holt. Klimm ziehen. Und Nummer drei Hollowbody Bein heben, die auf dem Klimm ziehen aufbaut. Jetzt können wir an die Klimmzugstange gehen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Wollen wir eine Runde abhängen? Ja, das Hängen ist eine wichtige Übung für den Klimmzug. Und es ist auch eine wunderbare Übung für die Schultern. Für alle, die vielleicht bisher mal Schulterprobleme gehabt hätten, den kann ich nur empfehlen, häng dich einfach ab. Häng dich, nimm dir Zeit, fünf, sechs, sieben Minuten am Tag und versuch, auf diese Zeit zu kommen, einfach nur abzuhängen. Und für den Klimmzug, auch der profitiert davon. Ist also die erste Übung an der Klimmzugstange. Und die ist ganz einfach erklärt. Du hängst dich an die Klimmzugstange, deine Arme bleiben gestreckt und du hältst einfach nur dein Körpergewicht. Versuch erst mal zehn Sekunden und dass du peu a peu auf 30 Sekunden kommst. Und wenn du die 30 Sekunden schon schaffst, dann bist du auch gut gerüstet für den Klimmzug, beziehungsweise um hier in den Übungen, in der Übungsprogression weiterzugehen. Und auch bei dieser Übung ist die Körperspannung wichtig. Achte also beim Abhängen darauf, dass du die Spannung im Rumpf hältst, die du jetzt eben auch schon als Gefühl kennst. Aus der Übung Hollowbody Hold, das ist auch eine Übung, wo du lernst, den Rumpf richtig anzuspannen, in die richtige Position zu bringen. Und genau das hältst du bei dieser Übung auch. Jetzt kommen wir zur nächsten hängenden Übung und die nennt sich Schulterheben im Hängen. Wenn du beim Hängen 10 bis 30 Sekunden sauber durchhalten kannst, dann bist du bereit für diese zweite Übung, das hängende Schulterheben. Auch hier hängst du dich einfach an eine Klimmzugstange ran, baust Körperspannung im Rumpf auf, genau wie beim Hollowbody Hold, im Liegen und ziehst deine Schultern nach unten. Nur die Schultern, die Arme bleiben weiter gestreckt. Und diese Position mit nach unten gezogenen Schultern, du kannst dir das auch so vorstellen, als würdest du deine Schulterblätter in deine Gesäßtaschen bewegen wollen. Diese Position hältst du für 5 Sekunden, bevor du deinen Körper wieder kontrolliert zurück in die Ausgangsposition bringst. Das ist eine Wiederholung. Und dein Ziel ist es, 5 bis 8 Wiederholungen davon zu schaffen. Ja, und wenn das klappt, dann kannst du auch hier eine Stufe weitergehen und das hängende Beinheben trainieren. Du wirst sehen, auch das ist vom Schwierigkeitsgrad nochmal ein bisschen schwieriger. Du hängst dich also an eine Klimmzugstange, wie bei den vorherigen Übungen, hebst die Beine mit gebeugten Knien kontrolliert an und senkst sie wieder ab. Dabei, das ist ganz wichtig, arbeitest du weder mit Schwung noch bringst du deinen Körper ins Pendeln. Wenn das Beinheben mit gebeugten Knien für dich kein Thema ist, dann kannst du die Übung erschweren, indem du die Beine durchstreckst. Also gestreckte Knien und dann langsam und kontrolliert die Beine anheben und dann wieder absenken. Eine dieser beiden Varianten wird dich ganz bestimmt. so richtig fordern. Und auch hier ist wichtig, es geht nicht darum, auf irgendeine Art und Weise möglichst viele Wiederholungen zu schaffen, sondern es geht um die Bewegungsqualität. Es geht um die Körperspannung, nicht um die Quantität. Um also auf deine Wiederholungen zu kommen, kannst du wunderbar auch mit Mikrosätzen arbeiten. Das heißt, dein Ziel sind zehn saubere Wiederholungen und dazu kannst du diese zehn Wiederholungen zum Beispiel auf fünf Mikrosätze aufteilen, mit jeweils zwei Wiederholungen. Du machst eine kurze Pause, nochmal zwei Wiederholungen. Oder du splittest sie auf vier Sätze mit je zwei bis drei Wiederholungen oder drei Sätze mit drei bis vier Wiederholungen und so weiter. Ja, und auch die Übung kannst du noch weiter erschweren. Schau einfach mal in die Show Notes, da fährst du wie. Ja, und jetzt, jetzt endlich, kommen wir zum Klimmzuchtraining. Erst wenn das alles sauber funktioniert, du dich da sicher fühlst, du trainiert hast, wie du die Körperspannung, die Rumpfspannung aufbaust, du mit dem Hängen vertraut bist und diese Übungen trainiert hast, erst dann kommen wir zu den Klimmzügen. Ja, und auch wenn du die Klimmzüge schon beherrschst, helfen dir diese Assistenzübungen noch besser zu werden, deine Technik noch besser zu verfeinern, sodass du aus der gleichen Anzahl Wiederholungen und dem gleichen Zeiteinsatz ein viel effektiveres Training rausholen kannst. Also, Teil drei sind die tatsächlichen Klimmzüge. Dazu brauchst du zwei Dinge. Erstens, das ist natürlich essentiell, hier empfehle ich tatsächlich für dieses Training eine Klimmzuchtstange. Die kannst du dir für kleines Geld kaufen, für zu Hause oder vielleicht auch, wenn du im Gym trainierst. Klimmzuchtstange, also Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, falls du noch keinen Klimmzucht schaffst bisher, gönn dir einen Satz Widerstandsbänder. Die vereinfachen den Klimmzuch, während du stärker wirst. Und du benötigst hier unterschiedliche Stärken, deswegen einen Satz Widerstandsbänder, um dich von viel Widerstand, das macht das Ganze dann leichter, zu wenig Widerstand, also immer schwerer vorzuarbeiten. Auch hier gibt es drei Übungen und du wirst sehen, die bauen logisch aufeinander auf. Übung Nummer eins sind sogenannte Negativ-Klimmzüge. Die sind ganz simpel, sie sind aber sehr effektiv und auch wenig bekannt bei zumindest vielen Menschen, die noch keinen Klimmzucht schaffen. Du springst oder hängst dich so an eine Klimmzuchtstange, dass du direkt in der oberen Position startest. Du kannst auch ein bisschen Schwung nutzen oder einen Hocker zur Hilfe nehmen oder jemanden, der dir hilft. Wichtig ist, du startest in der oberen Position, Klimmzuchtstange an der Brust. Beziehungsweise bringst die Klimmzuchtstange so nahe an die Brust wie irgend möglich. Diejenigen von uns, die schon ordentlich Klimmzüge können, meine Challenge an dich ist, für die Klimmzüge so durch, dass deine Brust die Klimmzuchtstange berührt, nur dann zählt die Wiederholung. Aber zurück zur Übung, Negativ-Wiederholung, du bringst deine Brust so nah an die Klimmzuchtstange wie möglich, hältst diese Position so lange wie du kannst. Und irgendwann ermüden die Muskeln und dein Körper wird langsam abgesenkt. Also sobald du das Absenken deines Körpers nicht mehr verhindern kannst, bleibst du dran. Du versuchst, die Abwärtsbewegung so gut wie möglich zu verhindern. Versuch mal, so drei bis fünf Sekunden gegen die Absenkbewegung anzuarbeiten, bis du die untere Position erreichst. Dein Ziel ist es, oben für 10 bis 30 Sekunden zu halten und deinen Körper dann langsam und kontrolliert in drei bis fünf Sekunden abzusenken. Diese Übung wiederholst du bis zu fünfmal. Mehr empfehle ich nicht, denn bei mehr Wiederholungen könnte es sein, dass du dich danach am nächsten Tag wie so ein Tyrannosaurus Rex bewegst, weil deine Arme so dermaßen fertig sind. Also Warnung an der Stelle. Ja, und wenn du die Übung beherrschst, dann bist du bereit fürs nächste Level. Jetzt trainieren wir wirklich den Klimmzug und zwar mit Widerstandsband. Hier ganz klar, du fängst erst mal mit einem sehr starken Widerstandsband an, sodass die Übung leichter gemacht wird. Den Klimmzug mit Widerstandsband kannst du trainieren, sobald du den Negativ-Klimmzug mit mindestens zehn Sekunden halten, oben und drei bis fünf Sekunden absenken, durchführen kannst. Dazu, wie gesagt, Widerstandsband brauchst du. Das Widerstandsband befestigst du an der Klimmzugstange, indem du das eine Ende über die Klimmzugstange rüberwirfst und zwar so, dass es eine Schlaufe bildet und das andere Ende ziehst du dann durch, sodass sich das Widerstandsband dann nicht mehr lösen kann. Du steigst mit einem Fuß oder geht auch mit einem Knie, je nach Länge des Bandes, in das herunterhängende Ende des Widerstandsbands und hängst dich dann an die Klimmzugstange. Jetzt baust du Körperspannung auf und ziehst dich nach oben, bis dein Kinn die Stange berührt. Diese Position hältst du für ein bis zwei Sekunden. Danach senkst du deinen Körper wieder kontrolliert ab. Das heißt, Abwärtsbewegung, drei Sekunden darfst du dir da schon für nehmen. Das Widerstandsband wählst du in der Stärke so, dass du drei saubere Wiederholungen meistern kannst. Und jetzt arbeitest du dich Woche zu Woche schrittweise zu den leichteren Bändern hoch. Und wenn du fünf Wiederholungen schaffst mit dem leichtesten Band, dann kannst du es mit der nächst schwereren Variante probieren. Und das ist der Klimmzug. Wenn du die vorherigen Übungen trainiert hast und die Technik beherrschst, dann dürfte ein technisch sauberer Klimmzug für dich jetzt auch kein Thema mehr sein. Und der funktioniert so, einfach formuliert, du hängst dich an die Klimmzugstange, baust Körperspannung auf, ziehst deinen Körper so weit wie möglich nach oben, Brust zur Klimmzugstange. Extra Punkte, wenn du es schaffst, dass deine Brust die Klimmzugstange berührt, spannst oben nochmal deine Rückenmuskeln an und hältst die obere Position für ein bis zwei Sekunden. Dann senkst du deinen Körper langsam und kontrolliert wieder ab. Man kann das Ganze ein bisschen erleichtern, indem man die Beine überkreuzt. Das geht manchmal auch nicht anders, wenn die Klimmzugstange eben zum Beispiel im Türrahmen hängt und deine Beine zu lang sind und sonst auf den Boden kommen würden. Bisschen schwerer ist es noch, wenn du die Beine durchstrecken kannst. So wie bei der Hollow Body Position, die du am Anfang trainiert hast, auf dem Boden. Diese Körperposition ist eigentlich die Königsdisziplin, auch beim Klimmzug zu halten. Wie gesagt, geht nicht immer, wenn die Stange nicht so hoch hängt. Aber wenn du die Möglichkeit hast, zum Beispiel im Gym, dann meine Empfehlung, trainier es auch so mit durchgestreckten Beinen, vor allen Dingen, wenn du schon die nötige Kraft dazu hast. Zu allen Übungen findest du Videos und natürlich auch Bildbeschreibungen. Das ist immer ein bisschen schwer, hier im Audioformat, in den Shownotes. Also nimm dir gern die Zeitschau nochmal rein. Verlinke ich dir natürlich wie immer. und jetzt lass uns nochmal drauf eingehen, wie bauen wir denn das Ganze zusammen. Wir haben jetzt in Summe drei Übungen auf dem Boden, drei Übungen an der Klimmzugstange, die mit Hängen zu tun haben und drei eigentliche Klimmzugübungen durchgegangen. Wie bauen wir die zusammen? Nun, erstmal ist die Frage, wie häufig solltest du trainieren? Einfache Antwort. Ideal wäre es, wenn du drei bis vier Mal pro Woche dran bleibst. drei bis vier Mal pro Woche für den Klimmzug trainieren, bedeutet aber nicht drei bis vier Mal die Woche den Klimmzug trainieren, sondern du trainierst drei bis vier Mal die Woche für den Klimmzug. Das heißt, nicht alle deine Trainingseinheiten müssen aus Klimmzügen bestehen. Eine Trainingseinheit kostete dich in etwa 15 Minuten. Das heißt, wenn wir es hochrechnen, dreiviertel Stunde pro Woche, vielleicht eine Stunde pro Woche. Das klingt doch machbar, oder? Überschaubarer Zeitaufwand und den Trainingsplan, den gehe ich einmal kurz mit dir durch. Den kannst du auch in den Shownotes natürlich nachlesen. Du führst alle Übungen mit so einer mittleren Satzpause von 60 Sekunden durch. Hör da auch ein bisschen auf dein Körpergefühl. Vielleicht brauchst du anderthalb Minuten. Das ist alles easy. Wir haben vier Trainingstage. An Tag eins trainierst du die Hollow Body Holes auf dem Boden, Abhängen und Negativklimmzüge. Tag zwei hängendes Schulterheben, Hollow Body Klimmzüge am Boden und dann das Bein heben. Tag drei Hollow Body Bein heben und Negativklimmzüge. Und Tag vier ist dein Klimmzuchtag. An Tag vier trainierst du Klimmzüge. Das heißt, falls du noch keinen Klimmzuch schaffst, trainierst du Klimmzüge mit einem starken Widerstandsband oder einem Widerstandsband, das stark genug ist, sodass du drei bis fünf saubere Wiederholungen schaffst. Und wenn du den Klimmzuch schon schaffst, dann trainierst du vier Sätze Klimmzüge. Dieses Workout ist ideal für dich, egal ob du schon einen Klimmzuch aus eigener Kraft schaffst oder eben noch nicht. Wenn du noch keinen Klimmzuch schaffst, dann machst du eben Negativklimmzüge an Tag Nummer vier und an den anderen Tagen trainierst du deine Körperspannung und trainierst die übrigen Muskeln, die du brauchst für den Klimmzuch. Und das ist auch dann hilfreich, wenn du schon Klimmzüge beherrschst. Kann ich nur jedem empfehlen, das Ganze mal durchzuziehen. Ich erspare dir jetzt die Details von diesem Trainingsplan. Schau einfach in die Shownotes. Da sind die vier Trainingstage aufgelistet. Also wie viele Sätze du mit welcher Pause und wie vielen Wiederholungen jeweils durchführst. Und ich komme jetzt schon zum Ende. Ich habe noch einen Tipp für dich. An der Stelle nochmal Werbung für die persönliche Betreuung mit Marco Meier oder seinen Kurs in sechs bis zwölf Wochen zum ersten Klimmzuch. Da wirst du Schritt für Schritt herangeführt. Da gibt es auch nochmal mehr Background. Da gibt es auch nochmal so ein bisschen Troubleshooting. Falls du vielleicht hier oder da nicht weiterkommst, wäre das meine Empfehlung. Und Marco, der bietet auch immer so eine Zufriedenheitsgarantie. Das heißt, wenn du in sechs bis zwölf Wochen nicht dahin kommst, dass du den Klimmzuch schaffst mit diesem überschaubaren Trainingsaufwand, dann bekommst du auch dein Geld zurück. Oh, und das nochmal am Rande. Marco startet so zweimal im Jahr mit seinem Klimmzuchkurs. Im Moment kann man sich anmelden, wo dieser Podcast erscheint. Falls du ihn später hörst, kann es sein, dass es gerade nicht offen ist. Dann kannst du dich in eine Warteliste eintragen. Ich komme zum Ende der Folge. Diese Folge war ein starkes Plädoyer, das mir wirklich am Herzen liegt für eine der Übungen im Kraftsport, der Nacktgut-Aussehen-Übungen schlechthin, dem Klimmzug. Die werden immer eine anspruchsvolle Kraftübung bleiben. Und das war übrigens auch eine Motivation, da jetzt nochmal drauf einzugehen. Vor einigen Wochen hatten wir den Muscle Up. Der Muscle Up ist eine Übung, die auf dem Klimmzug basiert und zwar dann, wenn du den Klimmzug sauber schaffst mit all den Techniken, die wir heute besprochen haben. Das ist eine Voraussetzung, nachher auch den Muscle Up zu schaffen. Umgekehrt, wer so ein bisschen unsaubere Klimmzüge schafft, aber nicht die sauberen, der wird auch Schwierigkeiten haben, zum Muscle Up zu kommen. Also Klimmzüge sind eine Basis dafür, sind eine anspruchsvolle Kraftübung, aber sie gehören nicht ohne Grund zu den effektivsten Muskelaufbau und auch Fettabbauübungen überhaupt, weil sie nahezu den gesamten Körper beanspruchen. Und auch dann, wenn du vielleicht zuhörst und gerade am Fettabbau bist, dann ist das eine Übung, die dir dabei hilft, deine Muskulatur zu behalten. In dieser Folge hast du einen Weg kennengelernt, der funktioniert, wie du ganz gezielt Klimmzüge lernen kannst, wie du Klimmzüge verbessern kannst, wenn du sie bereits trainierst und sie Teil deines Trainings sind. Und wir haben das Ganze mal von der Pike aufgezogen, also von dem Üben der Körperspannung am Boden. Wenn du das Ganze durchziehst, wenn du diesem Training eine Chance gibst, dann verspreche ich dir, im Ergebnis wirst du feststellen, dass Klimmzüge dir bald sehr viel leichter fallen werden als bisher. Und du wirst vielleicht auch feststellen, wenn ich einen Klimmzug sauber mache mit Körperspannung, dann ist er ja viel anstrengender und ich schaffe viel weniger Wiederholung. Und das ist okay. Am Ende wirst du davon profitieren und der Klimmzug wird dir noch mehr Spaß machen. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg mit dem Training und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem ganz besonderen Gast hier. Ich habe eine der Sportlerinnen des Jahres hier zu Gast. Mehr verrate ich nicht. Viel Spaß. Bis nächste Woche. Und hier nochmal der Werbepartner. Diese Folge wurde dir präsentiert von Athletic Greens. Athletic Greens ist das grüne Pulver, mit dem ich morgens in den Tag starte und das Ganze schon seit sieben Jahren. Ich empfehle nicht allzu viele Nahrungsergänzungsmittel, aber das hier ist eins, was zu meinen Basisempfehlungen gehört. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, viele sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen. Präbiotika, Adaptogene und so weiter, was das Immunsystem stärkt, was gut ist für die Regeneration, für den Energiehaushalt und natürlich eine gesunde Darmflora. Als Fitness mit Mark Hörer bekommst du hier ein ganz spezielles Startangebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung fünf Travel Packs, einen Jahresvorrat an Vitamin D mit Vitamin K2 und noch ein Willkommenspaket mit einer schicken Keramikdose und einem Shaker. Das Ganze bekommst du, wenn du auf fmmag.de gehst. Die Adresse ist fmmag.de fmm wie Fitness mit Mark ag wie athleticgreens.de also fmmag.de Schau einfach mal rein. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dranzubleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcasts gehst und dort nach Fitness mit Mark suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de schrägstrich Podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine Fünf-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine weitere Empfehlung.